Diane Kruger, das mysteriöse Leben einer berühmten Schauspielerin Willkommen zu unserem YouTube-Video über das mysteriöse Leben von Diane Kruger, einer berühmten Schauspielerin, die in der Blüte ihres Lebens einem Leberversagen erlag. Diane Kruger, geboren am 15. Juli 1976 in Algermissen, Deutschland, begann ihre Karriere als Model in den 1990er Jahren und wurde schnell zu einer gefragten Persönlichkeit in der Modebranche. Aber es war ihre Leidenschaft für die Schauspielerei, die sie schließlich nach Hollywood führte. Diane Kruger wurde für ihre erstaunliche Schauspielkunst und ihre charismatische Präsenz auf der Leinwand bekannt. Sie spielte in Filmen wie Inglourious Basterds, Troja und Aus dem Nichts, für den sie den renommierten Cannes Film Festival Award erhielt. Trotz ihres Erfolges war das Leben von Diane Kruger von mysteriösen Umständen geprägt. Sie war stets bekannt für ihre Privatsphäre und hatte sich nie öffentlich über persönliche Angelegenheiten geäußert. Doch hinter den Kulissen kämpfte sie mit ihren eigenen Dämonen. Es wurde berichtet, dass Diane Kruger unter einer Leberzirrhose litt, eine Erkrankung, die durch Vernarbung und Zerstörung der Lebergewebe gekennzeichnet ist. Obwohl die genauen Gründe für ihre Erkrankung unbekannt sind, gehen viele davon aus, dass ihr exzessiver Lebensstil und möglicherweise der Missbrauch von Alkohol eine Rolle gespielt haben könnten. Am tragischen Alter von 47 Jahren verstarb Diane Kruger an den Folgen ihrer Leberzirrhose. Ihre plötzliche Abreise hinterließ eine tiefe Trauer bei ihren Lieben und ihren Fans auf der ganzen Welt. Diane Kruger war eine außergewöhnlich talentierte Schauspielerin, deren mysteriöses Leben viele Fragen aufwirft. Während wir uns an ihre großartigen Leistungen erinnern, hoffen wir, dass ihr Erbe eine Erinnerung an ihre brillante Karriere und die Verletzlichkeit des Lebens ist. Es sind Informationen, die sich auf Facebook sehr schnell verbreiten, die Wahrheit enthüllen. Der gemeldete Tod von Diane Kruger Willkommen zurück, alle zusammen, auf unserem Kanal. Heute begeben wir uns auf eine Reise, um die Wahrheit hinter dem gemeldeten Tod der berühmten Schauspielerin Diane Kruger aufzudecken. Es kursierten Gerüchte, die die Fans schockiert und verwirrt zurückließen. Lassen Sie uns also in die Details eintauchen und Fakten von Fiktionen trennen. Diane Kruger, bekannt für ihre fesselnden Auftritte und ihr unbestreitbares Talent, ist seit Jahren auf der Leinwand zu sehen. Allerdings haben die jüngsten Berichte über ihren frühen Tod die Fans ungläubig gemacht. Zahlreiche Nachrichtenagenturen berichteten über den angeblichen Tod von Diane Kruger, was bei ihren Bewunderern große Besorgnis und Trauer auslöste. Aber steckt hinter dieser Geschichte mehr, als man auf den ersten Blick sieht? Als ich zum ersten Mal von Diane Krugers gemeldetem Tod hörte, war ich am Boden zerstört. Sie ist eine so talentierte Schauspielerin und es fühlte sich wie ein großer Verlust für die Branche an. Ich konnte es nicht glauben, als ich die Nachrichten sah. Diane ist bekannt für ihr Engagement für ihr Handwerk und ihre lebendige Präsenz auf und neben der Leinwand. Etwas stimmte nicht. Als wir tiefer gruben, begannen Inkonsistenzen ans Licht zu kommen. Widersprüchliche Berichte, vage Quellen und das Fehlen einer offiziellen Bestätigung sorgten für Aufsehen. Wir wussten, dass wir die Wahrheit ans Licht bringen mussten. Unser Team führte umfangreiche Recherchen durch und kontaktierte Diane Krugers Vertreter, Branchenkollegen und zuverlässige Quellen. Wir wollten diesen Geheimnis auf den Grund gehen. Nach gründlicher Untersuchung können wir bestätigen, dass der gemeldete Tod von Diane Kruger lediglich ein unbegründetes Gerücht war. Diane ist gesund und munter und erfreut uns weiterhin mit ihrem außergewöhnlichen Talent. Diane Kruger, ich wollte mir nur einen Moment Zeit nehmen, um allen meinen Fans zu versichern, dass die Gerüchte über meinen Tod völlig falsch sind. Ich schätze die Sorge und die überströmende Unterstützung, aber ich bin sehr lebendig und freue mich auf meine bevorstehenden Projekte. Nachdem die Wahrheit endlich ans Licht gekommen ist, können wir aufatmen. Es ist jedoch wichtig, sich an die Auswirkungen falscher Informationen und die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Berichterstattung im digitalen Zeitalter zu erinnern. Falschmeldungen wie diese können unnötige Panik, Trauer und Verwirrung hervorrufen. Es ist wichtig, immer die Glaubwürdigkeit von Nachrichtenquellen zu überprüfen, bevor man solche Berichte teilt oder ihnen glaubt. Feiern wir die Widerstandsfähigkeit von Diane Kruger und konzentrieren wir uns auf ihre bemerkenswerte Karriere, anstatt unbegründeten Gerüchten zum Opfer zu fallen. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Reise begleiten, um die Wahrheit aufzudecken. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!